Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise einem neuen Gate-War. Ich sag's immer wieder falsch. Und ja, das sieht genau gegenteilig von dem aus, was ja eigentlich, oh, ich hab das hier vergessen, was ja eigentlich sein sollte, weil ich weiß nicht mehr, also ich glaube, Sedi hat's geschrieben, bin mir aber nicht mehr 100% sicher, kann man ja einfach von letzter Woche nachschauen. Aber auf jeden Fall hieß es ja eigentlich, Divinos würde nicht mehr mitspielen wollen, weil angeblich ja Shiato nicht Letit gespielt hat. Dazu kann ich mich nicht äußern, die waren schon die ersten Kills, aber ich hab fast nichts gesehen. Oh, Ben hat jemanden getötet. Und Ben tötet Knödel. Ben hat zwei Kills gemacht, sechs Punkte. Zweiter Platz zusammen mit Mika. Da ist, glaube ich, gerade ein Asai schiefgegangen, weil irgendeiner ist dann einfach weitergesprungen. Da hinten geht anscheinend die Action ab, das sehen wir leider nicht. Boah, Ben ist schnell. Ben hat Seke getötet. Das ist, wow, Ben geht ab mit 15 Punkten. Oh, shit. Aiko, weiß ich nicht, ich glaube, er hat gerade keinen getötet, der hat nur geschossen. Aquirinos und Aiko bellen sich. Keiner stirbt, what the fuck. Loil? Oh, jetzt ist Aiko tot. Loil. Wie sie es einfach alle ignorieren. Mika hat jetzt noch Aquirinos getötet. Ähm, Knödel? 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 Weiß ich nicht, was der da macht. Der wurde gesneakt, glaube ich. Okay, jetzt läuft er weiter. Hat auf Ashuki geschossen. Er stirbt aber auch keiner. Ähm, die Bubbles verschwinden einfach. Ähm, jetzt ist wieder viel rumgespringe. Wenig passiert. Oh, Mika schießt auf Ben. Ben ist tot. Weiß jetzt aber nicht, ob Mika ihn getötet hat, weil irgendwie ist der erst viel später umgefahren. Ähm, Mika und Ben immer noch zusammen auf den ersten Platz mit 19 Punkten. Ähm, Esoterika oder so heißen die. Die haben noch keinen einzigen Punkt gemacht. Die Geht habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das für welche sind. Waren, glaube ich, noch nie dabei. Zumindest sagt mir der Name wirklich absolut gar nichts. Und ich glaube, ich habe doch nur einen einzigen gesehen. Mika ist wieder ein Ben dran. Stirbt aber nicht. Ben lebt noch und der läuft. I Love Curry hinterher und tötet ihn. One-Hit. Geschmeidig. Ähm, ah doch, da ist er noch. Achso, Aiko ist ja aus Esoterik. Okay, gar nicht gesehen vorhin. Und Mika tötet Aiko oder Aiko. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Sorry übrigens, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber woher soll ich es wissen? Ich habe die Namen ja noch nie... Ich lese sie ja nur. Ich probiere sie so auszusprechen, wie sie gelesen werden. Ähm, Aiko selects. Tötet ihn wieder nicht. Pfeile verschwinden oder treffen nicht oder was weiß ich. Das ist er bei dem Rumgejumpe. Ah, Shuki wurde getötet von Mika. Knödel ist an Mika dran. Das ist so lustig mit den Bubbles. Oh, er hat die da gelo gemacht. Aber trotzdem, die Bubbles verschwinden halt viel schneller als die Pfeile. Vielleicht sieht man sie auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch. Knödel nebt noch. Wurde nicht von Aquirinos. Ich glaube, Aquirinos wurde von jemand anderem getötet. Eiko... Ja, irgendwie hat Knödel sauviel HP, weil der stimmt einfach nicht. Ich glaube, viele Leute probieren es. Okay, da hinten fällt das fette Gemosche, aber ich sehe gar nichts. Äh, mittlerweile Mika zehn Punkte vor Ben. Mit 38. Wow. Wer wurde da erseit? Ich habe es nicht gesehen, weil Dalu's Name davor war. Ich dachte erst, er wurde erseit und das merkt, dass er Zuschauer ist. Oh, Mann. Ähm... Viel rumgejumpe da hinten. Ben wird angeschossen. Ben wird getötet. Von... Keine Ahnung wem. Waren zu viele Namen vor. Eiko schießt auf Seke. Bringt nix. Mika... Wird von Amote und Aquirinos. LOL. Ist das ein Bug oder was? Ne. LOL. Wie er es einfach überlebt. What the fuck. Und Ashuki tötet er auch noch. What the fuck. Er wird einfach von zwei Leuten angeschossen und überlebt es einfach. What the fuck. Und er war gesneakt oder geroutet oder was weiß ich, was das war. Konnte sich auf jeden Fall nicht bewegen. LOL. Das war lustig. Das habe ich noch nie gesehen. Schiato übrigens 107 Punkte, weil in Mystica hauptsächlich Ben punktet. Und ich glaube, es ist eh fast nur noch Eiko von Mika getötet. Schiato am Leben. Großteilig. Die Venus hat man heute auch sehr, sehr wenig gesehen. Wahrscheinlich sind die auch nur mit zwei, drei Leuten dabei. Viel hat man nämlich Namen... Also... Namen hat man auch kaum gesehen. Nimm an. Duell. Ja, alles klar. Okay. Scheint gleich vorbei zu sein. Weil da liegen anscheinend nur noch... Oh. Oh. Da wird sich Duell jetzt sehen was aber le... Oh. Er hat ihn einfach getötet. Ich glaube... Ja, Jasnin und irgendjemand, derjenige, wo da tot am Boden lag, wie auch immer das war, wollten sich duellieren und Selects hat ihn einfach getötet. Schade. Jetzt hätte es noch ein spannendes Duell gegeben. Aber wir hätten es eh nicht gesehen. Das ist der Nachteil, weil es so aus der Range war. Aber egal. Ja, Schiato ziemlich dominant wieder. Also wir waren auch mit Abstand den meisten Leuten dabei, muss man einfach so sagen. Und Mika rasiert halt einfach. Und ähm... So wie ich das sehe, ja... Rein vom CS her scheint Mika einfach Zinka zu sein. Oder er nimmt sein Equip. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der einfach 10-Kassig-Quip nutzt, weil... Es ist einfach 1-zu-1 genauso geskinnt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm... Das nicht ein und dieselbe Person ist. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein und dieselbe Person ist. Aber ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, eigentlich ist es ja auch egal. Ja, aber Ban hat euch ziemlich hart rasiert dafür, dass er... Letzte Woche waren sie ja, glaube ich, nicht dabei. Und davor weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall die letzten 2-3 Male, wo er dabei war, hat er, glaube ich, nie mehr als 10 Punkte gehabt. Also von daher war das heute schon eher beeindruckend. Aber er war auch sauschnell und hat alles gewonnen, was er eigentlich vor die Äxte bekommen hat. Deswegen nicht schlecht. Also für einen Blade auf jeden Fall. Ich meine, er ist Blade und er ist Zweiter. Das muss man dazu sagen. Er ist sowieso der einzige Blade, der überhaupt mitspielt. Oder als Slayer, ja. Ich weiß schon, als Slayer nicht Blade, aber... Ja, aber auf jeden Fall auch sehr viele Leute mit 0 Punkten dabei. Und ja, die Venus nur mit 8 Punkten. Aber wie gesagt, die waren, glaube ich, nicht mehr als 2-3 Leute dabei. Aber... Oh, Esoterik hat sogar 3 Punkte. Ja, stimmt, weil Aiko irgendjemanden getötet hat. Das weiß ich auch nicht mehr wen. Aber egal. Das war der GateWord, ja. Warum auch immer haben jetzt doch alle wieder mitgespielt, ja. Oder was heißt alle? Ich meine, es hat er so gesehen nur einige, die gesagt haben, dass er eigentlich nicht mitspielen will. Aber ja, keine Ahnung. Das Drama im GateWord geht weiter, würde ich sagen. Das heißt, vorerst wird es wohl doch weitergehen mit GW. Keine Ahnung. Es ist jede Woche anders, ja. Weil man dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht habe ich es gesagt, vielleicht habe ich es nicht gesagt. Nicht gesagt. Vorhin waren 5 Gäden angemeldet. Und es haben aber jetzt noch 4 mitgemacht. Das heißt, irgendjemand hat zurückgezogen. Oder da war dann keine Online, was weiß ich. Aber ich weiß auch nicht mehr, welche Gäden es war. Es war auf jeden Fall keine große Gäde. Aber es war auf jeden Fall noch eine fünfte dabei. Aber... Keine Ahnung, wer das war, ehrlich gesagt. Echt kein Schimmer. Na, egal. Auf jeden Fall. Dank fürs Einscheiden. Macht's gut dazu rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bye. 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 Bye.